Du du Pum 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 Da ein Licht Der hat eins Hat hier jemand was dabei? Nein 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 Ähm, Zombies So, lol Soll ich den abbadern? Okay Can you hear me? Ja, das freut mich, dass du freundlich bist Auf der linken Seite ist ein Lee-Anfield Hallo Okay Okay Ich spars mit den Zombies Ich habe hier ab Ich habe hier ab Seht ihr, ich kann auch ein guter Mensch sein Da kommt er, oder? Nein Das war ein Zombie Bro Nix Und nix Eine Map Bandage Bandage So, dann nehmen wir eine Bandage Checkpack Essen, Essen Cola 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 geht immer Ich nehme jetzt alles Fressen mit Was geht Und dann Versuche ich hier weg zu kommen Auch eine Map Auch eine Map Ein Kompass Wunderbar Anso ein Eckhaus Da gehen wir rein Ah Coat mit Was haben wir denn hier? No crap Entschuldigung Ich wette, ich werde hier gleich Blutals weggeballert Hammergeil Das ist kein Zombie Also wurde hier schon jemand Blutal weggeballert Alter, was habe ich gefressen dabei? Ich habe hier gerade ein Spiele gestillt Ich stehe unter leichter Spannung Ich musste es tun Ihr wisst es Und ich weiß es auch Da hinten rennt er Schön Wenn er hier rein kommt Muss er sterben Ich bin auf vollautomatisch Und ich werde ledig zögern Um mein ganzes Magazin reinzupladen Boah Alter So jetzt weiß er auf jeden fall wo ich bin Blutal st irgendwie echt ein bisschen angst dach der hat mich auch gesehen wird mich auf jeden fall flankieren du basta wo kam der jetzt her das hätte man auch anders lösen können ich melde mich wenn ich wieder drin bin BG